Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt einfach mal total spontan und mache hier einfach mal ein Video, denn seit einer Woche bin ich total aufgeregt und aus dem Häuschen und ich wollte euch einfach kurz davon erzählen. Ich war nämlich am Freitag vor einer Woche bei Eigenstimmig zu einem Podcast-Workshop. So, vielleicht habt ihr meine Folge gehört. Sarah und Julia vom Eigenstimmig-Podcast haben mich nämlich interviewt für ihren Podcast. Genau, und schon das hat mir total viel Spaß gemacht und mich total inspiriert. Und dann haben die beiden eingeladen zu einem Workshop, wo man selber lernen kann, wie man einen Podcast macht. Und jetzt bin ich drauf und dran, das zu tun und wollte das einfach schon mal ankündigen, damit ich auch nicht mehr zurück kann. So, jetzt ist es raus. Es gibt einen Podcast von mir. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Was würdet ihr gerne von mir hören? Natürlich wird es um faire Mode gehen. Es wird um meine Sicht auf Welt verbessern gehen. Und, ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, es wird auch um Tütensuppen gehen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dann. Genau, also, wenn ihr eine Idee habt, was ihr gerne von mir hören wollt, ja, also es wird auch ganz viele, einfach kleine Tipps geben, die man im Alltag umsetzen kann, um das eigene Leben ein Stückchen nachhaltiger zu gestalten. Denn das ist das, was mir einfach am Herzen liegt. Wenn ihr also sagt, hey, das und erzähl doch mal, wie du das machst, ja, dann schreibt mir gerne hier in die Kommentare, schickt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer ihr wollt. Ich freue mich sehr und natürlich könnt ihr euch gerne in meinen Newsletter eintragen, weil dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wenn der Podcast startet und könnt gleich von Anfang an mit dabei sein. Mensch, ja, ich bin aus dem Häuschen. Ich freue mich auf euch und freue mich auf eure Themenvorschläge. Bis dann. Ciao. Ciao.